Hey, willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Squad-Bilder. Ja, hat es lange nicht mehr gegeben aus Gründen, denn normalerweise bin ich ja jemand, der 7-Minute-Squads baut oder irgendwie Sub-Creativity macht und selber keine Squads, beziehungsweise die euch nur ganz selten mal zeigt oder im Livestream. Aber ich habe mir jetzt ein Team gebaut während des Team of the Year, was extrem teuer ist, wo ich auch viel Profit mitgemacht habe, eben weil ich es mir so günstig gekauft habe und ja, dass es gewisse Tendenzen hat, eines der besten Teams zu sein, das ich bisher hatte. Ja, wir hatten das Team mit Ibrahimovic und ich glaube Aguero war da drin, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall Lacazette auf A10, das war gut, aber das Team hier ist, naja, zumindest vom Papier her, beziehungsweise auf dem Papier nochmal deutlich besser. Wenn ihr Bedarf habt, um PS und Microsoft gut zu haben, um Packs zu ziehen, schaut bei Kingmeet vorbei, Link ist in der Videobeschreibung, wenn es dem Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da und wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das Lukas ist, der sich entweder Cola einschüttet, niest, hustet oder irgendwie sich einen runterholt, ich weiß es nicht. Aber er kann euch natürlich mal Hallo sagen. Hallo. So, haben wir auch geklärt. Das ist komisch. Das ist egal, das ist scheißegal. Ja, Real Life und so ist halt momentan ein bisschen schwierig, alles mit Schule und so, aber ihr solltet trotzdem eure Videos bekommen, deswegen jetzt mit Lukas im Hintergrund und einer der Spieler hier, den mag er auch sehr, sehr gerne in diesem Team auf jeden Fall. Aber dazu kommen wir später. Gut, wir fangen an im Tor mit seinem absoluten Hassspieler in diesem Team, das weiß ich jetzt schon, weil er ihn nicht mag. Es ist in Form Ron-Robert Zieler. Ja, auf jeden Fall richtig gut gehalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin überrascht, wie gut er wirklich war. Ich habe ihm einen Glove gegeben, was ihn nochmal deutlich besser gemacht hat, weil seine Ballsicherheit dadurch gestiegen ist. Hat viele geile Reflexe rausgehauen. Natürlich machen die Keeper immer noch Bullshit, aber war auf jeden Fall sehr, sehr in Ordnung. Was ich übrigens noch dazu sagen muss, es wird keine Tore hinten dran geben, aus dem einfachen Grund. Und seitdem ich angefangen habe, Tore aufzunehmen, hat dieses Team keine Tore mehr geschossen und allgemein hat das Team relativ wenige Tore gemacht. Denn ich habe damit immer in Liga 1 gespielt oder Einzelspiele, aber mit dieser Bank hier beispielsweise, beziehungsweise noch einer stärkeren Bank. Das heißt, die Bewertung war immer hoch und ich habe immer gegen starke Gegner gespielt. Meistens hat ein Tor das Spiel entschieden. Wenige Gegentore kassiert, aber auch wenige geschossen. Also wundert euch nicht darüber, dass es keine Tore gibt. Das Team ist aber trotzdem richtig stark, kann ich euch versprechen. In der Verteidigung haben wir dann David Luiz, Team of the Year auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir Jerome Boateng, wenn man sich mal anschaut, wie viel David Luiz mittlerweile wert ist. Für 440.000 gekauft und das Gebot müsste irgendwo bei 600.000 liegen oder sogar noch höher, wenn ich das hier gerade sehe. 773.000 habe ich auf jeden Fall ordentlich Profit mitgemacht. Boateng auf der anderen Seite, der bessere von den beiden meiner Meinung nach. Aus dem einfachen Grund, dass der Typ mega schnell ist, Mittel-Mittel-Arbeitsraten, 1,92 groß, unfassbare Balltechnik, ein richtig bulliger Typ ist. Und David Luiz ist ein bisschen schlagsiger. Zwar die Team of the Year-Version, aber auch Hoch-Mittel-Arbeitsraten, das ist alles nicht ganz so ideal. Ich bin ein bisschen enttäuscht von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat den Hattrick in der 7-Minute-Quad-Episode gemacht, in dem Team hat er nicht getroffen. Er war oft kurz davor, aber auch bei Kopfball. Er ist ja offensiv nicht auffällig, er steht meistens hinten, obwohl er die Hoch-Mittel-Arbeitsraten hat. Und Boateng ist bei den Ecken vorne. Er ist auch Kopfballstärker, ganz klar. Aber naja, David Luiz auf jeden Fall die Team of the Year-Version habe ich nicht so überzeugt. Die wollte ich mit Thiago Silva noch kaufen, habe ich dann nicht gemacht. Muss ich eventuell nochmal ausprobieren. Aber David Luiz ist zwar gut, aber wie gesagt, eventuell nicht diese 700.000-Coins wert. Da würde ich lieber die normale Version nehmen oder den normalen Thiago Silva. Damit fahrt ihr auch schon ganz gut. Ihr fahrt keine Hilti, aber ganz gut. Linksverteidiger Max Weil, rechtsverteidiger ist Christian Trash. Normalerweise für beispielsweise den Hansus wäre die Außenverteidiger-Position die wichtigste im ganzen Team. Allerdings achte ich da überhaupt nicht auf die World-Rate-Special-Version. Er hat hoch, hoch, ist 1,80 groß. Habe ihn nur genommen, weil er 1,80 groß. Normalerweise habe ich die beiden auch ausgewechselt immer. Und zwar für Konko und Alexandro, die ich da reingebracht habe. Max Weil, habe ich auch nicht die Info-Version genommen. Normalerweise, wie halt eben gesagt, ausgewechselt. Aber in den letzten Spielen habe ich die spielen lassen. Haben auch einen ganz guten Job gemacht. Auf jeden Fall kann ich mich nicht beschweren. Waren in Ordnung. Die Außenverteidiger sind meiner Meinung nach sowieso nicht so wichtig. Da können auch langsam oder schlechtere Spieler stehen, weil die ihren Job so oder so ganz gut machen. Solange sie halt irgendwie ein bisschen was drauf haben. Und das haben diese beiden vor allem Kopfballstärke. Und ja, das passt dementsprechend ganz gut. Wir kommen zum Mittelfeld. Und da haben wir jetzt den ersten Spieler, der richtig teuer ist. Und zwar Team of the Year, Toni Kroos. Und diesen Spieler meinte ich, den Lukas sehr, sehr gerne mag. Und das vollkommen zu Recht. Denn ganz Spanien liegt in ihm zu Füßen. Grüße an Ron an dieser Stelle. 24 Spiele, 6 Tore, 3 Vorlagen. Klingt ein bisschen mickrig. Auch mit ihm habe ich ihn mega Profi. Komm mal, wenn man sich das mal anguckt. Eine Million gekauft. Mittlerweile bei knapp 2 Millionen Gebot. Habe ich auf jeden Fall ordentlich reingescheppert. Und naja, auf jeden Fall ein richtig nicer Spieler, muss ich ganz ehrlich sagen. Extrem geiler Schuss, extrem geiler Pass, guter Freistoß. Das Ding ist, seine Longshots waren auf der Position nicht so gut. Normalerweise sollte man ihn nicht auf die rechte Seite stellen, sondern ins zentrale, zentrale Mittelfeld. Denn da ist er immer noch am besten aufgehoben, weil er aus dem 5-Star-Week-Futter. Das heißt, er kann aus beiden Richtungen schießen und so. Also macht nicht den Fehler, ihn auch außen zu stellen. Er ist auch nicht schnell genug für. Also, wie gesagt, das war so ein bisschen mein Fehler. Aber ansonsten natürlich groß, ein richtig, richtig guter Spieler. Die anderen beiden ZM's sind dann in der Mitte Fernandini und auf der linken Seite Jaya Toure. Jaya Toure ist da auch ganz gut aufgehoben. Sollte normalerweise auch eventuell ein bisschen zentraler spielen. Beziehungsweise war nicht so auffällig in diesem Team. Normalerweise ja der Longshot-König ist jetzt hier nicht so aufgefallen. Aber ich denke mal, das ist auch nicht so schlimm, weil er war wirklich relativ gut. Er hat drei Tore gemacht, fünf Vorlagen. Wie gesagt, es gab nicht viele Tore in diesem Team. Aber das ist schon mal auf jeden Fall ganz ordentlich. Genauso bei Fernandinho. Er hat nicht die Kopfballstärke wie beispielsweise Toure oder die Körperstärke wie Kroos. Trotzdem gut im Verteidigen mit 73, mittelohrer Arbeitsrat ist der defensive Part. Sichert hinten ab zwei Tore, drei Vorlagen, gutes Tempo, gutes Rippling, guter Pass, gutes Schießen. 2.600 Coins kann man sich absolut nicht drüber beschweren. Wir kommen zur Offensive und die ist nochmal das richtige Prunkstück des ganzen Teams. Denn die ist auch richtig teuer. Übrigens bei Toure habe ich auch einen Megaprofit gemacht. 170.000 gekauft und 300.000 ist ja schon gebohnt. Und ihr merkt, also Team of the Year hat sich auf jeden Fall für mich gelohnt. So, PSG hat gerade fast 2 zu 0 gemacht und wir kommen zum linken Flügelspieler. Das ist Eden Hazard. Kann ich hier noch aus der Premier League hinspielen, äh, hinstellen. Ich wollte mal Hazard ausprobieren. Hat mir gut gefallen. Sieben Tore, fünf Vorlagen, 23 Spielen. Geht auf jeden Fall noch besser. In den ersten Spielen war der sehr unauffällig, weil die anderen beiden das Spiel gemacht haben und ich mehr über rechts gespielt habe. Aus Gründen, die ihr gleich natürlich sehen werdet. Ich denke mal, ihr könnt ahmen, wer da steht. Aber er ist auf jeden Fall ein richtig guter Spieler. Hat perverses Dribbling, richtig guten Schuss, guten Pass, extrem gutes Tempo. So, ähm, ist halt wie in Realität einer der besten Spieler der Welt meiner Meinung nach und, äh, man merkt das einfach auch in FIFA. 15, der Stürmer ist dann Sergio Kun Aguero, nur 86er Rating. Hat 17 Tore in 23 Spielen gemacht. Elf Vorlagen noch dazu, also der ist wirklich richtig eskaliert. Richtig guter Spieler, hoch geringe Arbeitsraten. Das Einzige, was mir bei ihm ein bisschen fehlt, ist die Kopfballstärke, beziehungsweise die Körperstärke. Er ist halt einfach klein und kann kaum Kopfballer gewinnen. Er hat zwei, drei Kopfballtore sogar gemacht. Das waren immer auch Flanken, die genau auf ihn getimt waren, so in seinen Lauf rein. Das war aber nicht sonderlich schwer. Ja, ansonsten perverser Abschluss, unfassbar schnell, gutes Dribbling, sogar gutes Passspiel für den Stürmer. 4-Star-Skills, was willst du mehr? Aguero, einer der besten Stürmer. Leider Gottes, aber wie gesagt, ist halt, äh, relativ klein. Deswegen würde ich da immer noch einen, beispielsweise Lewandowski, äh, oder so bevorzugen, auch wenn ich den, ehrlich gesagt, bisher erst einmal gespielt habe dieses Jahr. Rechter Flügel, habt's geahnt, das ist Gareth Bale. Wie immer in meinen Teams drin. Und das würde auch wahrscheinlich immer bleiben, weil das mein Lieblingsspieler ist bisher dieses Jahr. 195 Spiele, 165 Tore, 51 Vorlagen, 4-Star-Skills, 94 Tempo, 94 Dribbling. Ich glaube, ich brauche nichts mehr dazu sagen. Habe ihn ja gezogen. Mittlerweile auch wieder 700k-Wert oder sowas. Ich schaue mal nach, vielleicht auch ein bisschen weniger. 800, okay. So viel zu dem Thema. Ich habe wirklich mega Profit gemacht und ich bin mega reich, wenn ich dieses Team verkaufen sollte. Aber, naja, was willst du machen? Bale, wie gesagt, ein absolutes Monster. Ich habe in so vielen Teams und Squadbildern schon drin gehabt. Von daher, äh, denke ich mal, brauche ich mir da nichts mehr zu einfallen lassen. Und ihr wisst darüber Bescheid. Das war es von diesen Squadbilder. Ich kann euch jeden einzelnen Fehler nur wärmstens ans Herz legen. Ich habe euch zu jedem einzelnen gesagt, wie ihr ihn spielen solltet, denke ich mal. Und, äh, David Luiz wäre ideal, wenn er Sechser wäre. Ansonsten dieses Team wirklich sehr, sehr gut. Auf jeder Position genau da, äh, gehören die Leute hin. Halt groß, ne. Zentral, zentral. Fernandinho ist auch da gut aufgehoben. Aber außen eventuell wegen seinem Tempo. Ja, Turin in der Mitte eventuell, weil er so gutes Defending- und Kopfballspiel hat. Aber ihr wisst ja Bescheid. Ihr könnt es ja selber auch am besten machen. Weil, man darf ja nicht euch alles vorschreiben. Ihr müsst ja auch selber eure Erfahrungen mit dem Spiel machen. Das war's von diesem Video. Ihr habt euch gefallen? Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, würde ich mich darauf freuen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Wunderschönen Tag noch. Haut rein. Und ciao. In den Videos kann man auch nur in halber Geschwindigkeit gucken, ne. Sonst versteht man kein Wort. Das ist ja Wahnsinn.